Gut, macht das Schiff bereit? Oh, ja, ich höre. Dann werden wir jetzt in See stechen. So. Segel setzen, Ankerlichten. Und Schippert mal los. Ich würde jetzt gerne überspringen. Ich glaube, auch wenn wir dann in der neuen Stadt sind, speichere ich ab, weil es wieder eine neue Stadt geben. Er wird uns ja nicht irgendwo rausschmeißen. Äh, mache ich erstmal einen kompletten Fertigcut. Das sind jetzt so knapp sechs, sieben Stunden, die wir jetzt gespielt haben. Und dann kommt es auf jeden Fall gut an. So. Können wir noch da vorne rechts anhalten, bitte? Und das geht überspringen. Machen wir schon mal Turbo rein, dann geht es etwas schneller. Äh, wo ist eigentlich der Troll mit Medina? Äh, okay. Gute Frage. Nächste Frage. Reiten die irgendwie außen rum oder so? Bist du hässlich? Geil. Oh nein, jetzt muss ich gegen das Viechern kämpfen, oder was? Äh, ja, mach mal. Boah, mach mal hier. Zauber. Was, der Knies da. Übertreib. Ich würde sagen, dass ich hier eine Heilung mache. Aua, was soll der Scheiß. Äh. Danke. Und Danke. Der hat doch irgendwie einen Quatsch wieder vor. Ja, mach doch noch mehr Schaden hier. Komm. Aua. Werde ich eigentlich gebeten? Hier, Schadensmann. Komm, eine Runde noch. Zauberheilung. Bamm. Gepäck. Heilkraut benutzen. Bamm. Nein. Ich werde auch noch instanti einfach sterben. Äh, noch mal eben Gepäck. Heilkraut benutzen, da er tot ist. Mal so. Oh ja, darf nochmal doppelt angreifen, oder was? So, jetzt kann ich zwei Runden schön Gepäckchen, die auf den Sack gehen. So, einmal noch. Der lässt es einfach nicht. Heilung. Oh. Heilung. Heilung. Oh, 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 oh. Ich habe jetzt entweder verloren oder gewonnen. 32, hier können wir vielleicht nochmal heilen hier. Dass der immer doppelt hintereinander eingreifen kann. Ich könnte ja kotzen. Ich könnte jetzt wissens angreifen hier. Und nächste Runde wieder Zauber einsetzen. Ja. Oh, ich glaube es nicht. Ich besiegt das Ding auch jetzt in dieser Runde noch. Dann natürlich wieder Cengiz ein Gold. Oh. Oh. Alter, äh, Goldarmsch... ...Armschiene. Hahaha. Okay. Natürlich. Hey, warum? Und wie die jetzt wieder den Anker lichten. Ja. Ja, ist klar. Ja, ich frage die, warum die jetzt wieder zurückfahren. Ja. Ja. Ja, das haben wir. Ja, wäre auf jeden Fall besser. Ja. Ja. Ja, ich wollte eben fertig pennen, mich heilen. Und dann könnten wir eigentlich... Ah, ich überziehe die Folge heute mal. Das ist eigentlich ganz... Ich will den Turbo doch drin haben. Jetzt kann ich... Seht ihr das Haupt? Ja, es ruckelt einmal kurz für euch. Okay. Okay. Ah, hier oben... Muss ich hin? Was kostet das jetzt? 75 oder so? Oder 100? Wenn der Gengis wieder lebt. Wieder... Ach, der lebt schon wieder. Gut, dann muss ich nur... Heier machen. Und dann brauche ich eigentlich auch nichts. Ich habe jetzt neue Schwertsachen geholt. Ich glaube, hätte ich die jetzt nicht gekauft, äh... Hätte es schon schwarz für mich ausgesehen. Was? Und jetzt wollte ich glauben ja. Hat er doch dann komplett draufgegangen. Na, brauche... Brauchen wir die Benachten... Da-da-da-da-da-da. Okay. dann... Danke sehr. Dem geht es direkt wieder an die Tür vorbei. Irgendwie der Tür stehe er vorne oder was? Dann fahren wir den Statt und speichern da... Wir haben jetzt noch 3 Minuten gut. Dann passt das schon. Fr? 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 so ein bisschen probierend haben wir ja noch ich gucke mal eben hermann ein transfer hier über der boten öfters weil ich ja so regulär eine machen kann können sie stechen gefallen so die dritte im bunde nice ja wie kann man sich so ein freund tanz hier auch ausdenken hallo schließt sich der gruppe an nichts wie los wie zu volle ist sie dadurch gekommen richtung pilgerkallin oder pilgerkallin jetzt haben wir so eine gesprächsstunde hier was hekt ihr denn schon wieder aus jetzt kommt auch das geht ja 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 Vielen Dank.